Hallo und Willkommen bei Bleib entspannt, Deinem Meditationspodcast. Ich bin Kathi Clodell und diese Episode ist etwas ganz Besonderes. Sie ist nicht wie sonst meiner Fantasie entsprungen, sondern basiert auf waschechten Erlebnissen, und zwar meinen eigenen. In meiner Sommerpause war ich zusammen mit meiner Familie auf der wunderschönen Kanareninsel La Gomera. Und tatsächlich saßen wir bei zwei Railwatching-Touren mit im Boot. Was mein Sohn und ich dort gesehen und erlebt haben, war so wundervoll, dass ich es gerne weitergeben möchte. Die Geschehnisse in dieser Traumreise sind wirklich so passiert, auch wenn sie klingen, wie der Stoff, aus dem Träume gemacht sind. Und genau deshalb eignen sie sich auch so gut für diese Entspannungsreise, die sowohl für kleine als auch für große Fans der Meerestiere gedacht ist. Ich wünsche Dir ganz viel Freude dabei und gute Nacht. Deine Kathi Hallo Du! Schön, dass Du da bist und mit mir auf eine wundervolle Reise gehen möchtest. Lege Dich so hin, wie Du gerne liegen möchtest. Mach es Dir richtig bequem in Deinem Bett. Und dann schließe bitte Deine Augen. Und stelle Dir vor, Du hältst eines von diesen kleinen Papierwindrädern in der Hand. Kennst Du die? Sie sind ganz bunt und drehen sich, wenn Du dagegen pustest. Und genau das machst Du jetzt. Atme tief durch die Nase ein. Und wenn Du langsam durch den Mund ausatmest, lässt Du die Luft gegen das Windrad strömen. Einatmen durch die Nase und aus durch den Mund. Siehst Du, wie das bunte Rad sich dreht? Noch ein letztes Mal. Einatmen durch und ausatmen durch den Mund. Prima. Lasse Deinen Atem jetzt wieder so fließen, wie er fließen möchte und spüre und spüre, wie Du dabei immer ruhiger und ruhiger wirst. Du befindest Dich am Hafen von Valle Gran Ré. Es riecht nach Sonnenschein und salziger Meeresluft. Rechts von Dir siehst Du das tiefblaue Meereswasser, das sanft gegen die Felsen schwappt. Es weht nur ein leichter Wind an diesem Nachmittag. Und die Sonne strahlt Dir ihre angenehme Wärme entgegen. Du gehst ein paar Schritte in Richtung Wasser. Rechts kommst Du an einem gut besuchten Café vorbei, in denen viele Leute sitzen, plaudern und entspannt ihren Nachmittagscafé schlürfen. Geradezu stehen viele Menschen an der Absperrung und schauen gespannt ins Wasser. Was es dort wohl zu sehen gibt? Neugierig läufst Du näher und blickst ebenfalls hinein. Ein dunkler, runder Schatten huscht elegant wie ein Geist durchs Hafenbecken. Ein Rochen! Direkt neben Dir steht ein Schild, auf dem Du die Namen verschiedener Rochenarten lesen und Bilder der Tiere erkennen kannst. Anhand des Schildes weißt Du, dass Du gerade einen runden Stechrochen beobachtet hast. Oh schau, da kommt schon der Nächste! Dieses Mal ist es ein Schmetterlingsrochen. Das ganze Becken wimmelt von bunten Fischen. Und hin und wieder schwebt der elegante Körper eines Rochens hindurch. Hinter Dir schiebt sich jetzt ein Mann vorbei und eilt mit einem Eimer in der Hand die Treppe hinunter. Er lächelt Dich an und gibt Dir ein Zeichen, ihm zu folgen. Du stellst Dich neben ihn, ganz unten auf eine der Treppenstufen. Sie ist mit Wasser bedeckt, das Dir bis zu den Waden reicht. In dem Eimer des Mannes sind Fische, von denen er einen herausholt und ins Wasser wirft. Sogleich stürzt sich ein ganzer Schwarm bunter Fische darauf. Aber nicht nur die haben Appetit auf einen Leckerbissen. Der Stechrochen ist zurück. Langsam kommt er angeschwommen und Du siehst ihn in seiner ganzen Pracht. Er sieht wundervoll aus. Und wie anmutig er durchs Wasser schwebt. Direkt auf Dich zu. Du meine Güte. Er schwimmt bis auf die Treppe und liegt nun direkt vor Deinen Füßen. Der Mann zeigt Dir, dass Du den Rochen berühren kannst, wenn Du das möchtest. Ganz vorsichtig legst Du Deine Hand auf den Rücken des Tieres. Er ist nass und viel rauer, als Du erwartet hast. Langsam lässt Du Deine Finger herunterwandern und spürst nun die weiche Unterseite des Tieres. Dabei blickst Du ihm direkt in seine klugen Augen, die Dich wachsam anschauen. In diesem Moment fühlst Du Dich dem Rochen unheimlich nah. Doch dann gibt der Mann ihm einen Fisch. Der runde Stechrochen frisst ihn und schwimmt zufrieden zurück ins Hafenbecken. Welch ein einzigartiges Erlebnis. Dankbar blickst Du den Mann an. Aber dann fällt Dir ein, weshalb Du überhaupt am Hafen bist. Du beeilst Dich die Treppe hinauf zu steigen und läufst zur inneren Mole, an dessen Ende ein kleines rot-weißes Boot liegt, mit dem Du heute auf Wahltour gehen möchtest. Als Du es erreichst, winkt Dir schon Deine Tourbegleiterin Niki fröhlich zu. Du steigst die Leiter hinab und kletterst zu Niki ins Board. Sie gibt Dir ein paar Sicherheitshinweise und dann darfst Du es Dir auch schon bequem machen und die Bootsfahrt genießen. Euer Kapitän Nino steuert Euch sicher aus dem Hafen heraus. Auf dem weichen Polster sitzend, lässt Du Dich von den Wellen durchschaukeln und schaust aufs Meer. Niki steht hinter Dir am Bootsende. Zusammen mit dem Bootskapitän hält sie Ausschau nach den Meeressäugern, die Du so gerne in freier Wildbahn entdecken möchtest. Auch Du suchst die Weite des Ozeans ab und glaubst vor Aufregung, in jeder Welle eine Flosse zu erkennen. Aber das Meer spielt nur mit Dir und täuscht Deine Sinne. Doch dann dringt ein Ruf in Dein entspanntes Ohr. Tortuga heißt es, Schildkröte. Der Kapitän hat eine Meeresschildkröte im Wasser entdeckt. Niki zeigt mit dem Finger darauf und dann siehst auch Du das gemütliche Meerestier. Nino stellt den Bootsmotor ab und alles um Dich herum wird ganz still. Ohnehin hast Du nur noch Augen für das faszinierende Tier dort, ganz dicht unter der Wasseroberfläche. Die Meeresschildkröte ist dem Boot jetzt ganz nah. Deutlich erkennst Du ihren braunen Panzer und dessen wunderhübsche Musterung. Sie ist etwa so groß wie ein Wasserball. Niki erklärt Dir, dass es sich um eine unechte Karettschildkröte handelt. Aus der Karibik ist sie den weiten Weg bis hierher nach La Gomera geschwommen. Und dann streckt die hübsche Meeresschildkröte ihren Kopf aus dem Wasser und schaut Euch neugierig an. Mein Gott ist die niedlich. Niki erklärt Dir, dass das Profil einer Schildkröte ähnlich wie der menschliche Fingerabdruck ganz individuell ist. Jedes einzelne der gepanzerten Tiere ist hier absolut einzigartig. Gerade möchtest Du Dir den Kopf der unechten Karettschildkröte noch etwas genauer anschauen. Als diese beschließt, lieber wieder abzutauchen. Ach schade. Aber es sei ihr gegönnt. Denn auch so kannst Du das beeindruckende Tier noch gut erkennen. Der Sonne sei Dank. Die Strahlen leuchten tief in das klare Wasser hinein und lassen Dich die Meeresschildkröte betrachten. Der allerdings langsam aber sicher davon schwimmt. Nino startet den Motor des Bootes und fährt mit mäßigem Tempo weiter über den tiefblauen Atlantik. Zu dritt haltet ihr nun weiter Ausschau nach Walen und Delfinen. Doch stattdessen zeigen sich viele Möwen und auch einige der witzigen Gelbschnabesturmtaucher. Ihren einzigartig komischen Gesang kennst Du schon von den letzten Abenden auf dem Festland, an denen Du ihm grinsend lauschen durftest. Ein ganzer Haufen der lustigen Seevögel kreist über ein und derselben Stelle. Niki bittet Nino etwas näher heranzufahren. Manchmal sind Meeressäuger die Ursache für die Vogelversammlung. Wale oder Delfine, die selber nach Nahrung jagen, sorgen häufig dafür, dass die Fische aus dem Wasser springen, um sich in Sicherheit zu bringen. Darüber wiederum freuen sich Möwen oder die Gelbschnabesturmtaucher, da sie dadurch an einen leichten und schnellen Snack kommen, der ihnen sprichwörtlich in den Mund springt. Ihr beobachtet das Wasser unter den Seevögeln eine ganze Weile lang ganz genau. Aber anscheinend ist gerade kein Meeressäuger zu Hause und Niki gibt das Zeichen zur Weiterfahrt. Wieder geht es über die ruhige See und Du genießt den angenehmen Fahrtwind und das sanfte, gleichmäßige Gewackel des Bootes, das sich anfühlt, als würdest Du auf einem Schaukelstuhl sitzen. Schließlich schleicht sich Niki in Deine Gedanken, die auf entspannte Wanderschaft gegangen sind. Und zwar mit genau dem Satz, den Du gehofft hast zu hören, seit Du in dieses Boot gestiegen bist. Es geht los, flüstert Dir Deine Begleiterin zu und winkt Dich nach vorne zum Bug des Bootes. Niki sagt Dir, Du sollst Deine Augen auf 11 Uhr richten und genau das machst Du. Gespannt behältst Du die schaukeligen Babywellen des Atlantiks im Blick. Als plötzlich etwas aus dem Wasser springt, beziehungsweise jemand. Delfine! Oh mein Gott, sie sind ganz nah. Ah, es sind vier große Tümmler, die direkt vor Eurem Boot aus dem Wasser schießen und wieder abtauchen. Niki ruft Dir zu, dass Du Dich auf Deinen Bauch legen und ins Wasser schauen sollst. Geistesgegenwärtig lässt Du Dich hinunterklatschen. Und keine zwei Sekunden später siehst Du auch warum. Du meine Güte! Ein Delfin schwimmt unter dem Boot entlang. So dicht, so gut zu sehen, zum Greifen nah. Was für ein wahnsinniges Gefühl. Mehrere Gedanken schießen Dir gleichzeitig durch den Kopf. Wie schön er ist, wie nah er ist, wie groß und wie besonders, wie wundervoll sich dieses Erlebnis anfühlt. Du bräuchtest nur Deine Hand ausstrecken, um das Tier zu berühren. So dicht schwimmt der Tümmler unter Dir entlang. Die Emotionen in Deinem Inneren schlagen Purzelbäume vor Glück. Alles kribbelt und jubelt laut und deutlich. Einfach nur wow! Mit feuchten Augen hebst Du den Blick und schaust dem Delfin hinterher, der sich wieder zu seinen Freunden gesellt. Fröhlich jagt er mit ihnen um die Wette. Wie verspielt sie sind. Der eine surft richtig über das Wasser. Schnell und spritzig wie ein Motorboot. Ein anderer springt hoch in die Luft und taucht elegant wieder in das tiefblaue Wasser hinein. Vollgepumpt mit Glücksgefühlen, genießt Du den Anblick der Tiere in vollen Zügen. Es ist wie ein langgehegter Traum, der endlich in Erfüllung geht. Dann aber bekommt Niki einen Anruf. Ein paar Meter weiter sollen Pilotwale gesichtet worden sein. Deine Gefühle über diese Nachricht sind zweigeteilt. Natürlich möchtest Du auch die Wale sehen, aber die Delfine jetzt einfach zu verlassen, schmerzt ein wenig. Doch als sich das Boot langsam davon bewegt, springen die Delfine hinterher. Sie folgen Euch auf beiden Seiten. Rechts und links schwimmen sie und jagen dem Boot nach. Wie wundervoll ist das denn? Du meine Güte, sind diese Tiere verspielt und so unheimlich lebensfroh. Es ist eine wahre Freude, ihnen zuzuschauen. Und so drehst Du Deinen Kopf hin und her. Nach hinten und wieder nach vorne. Um sowohl die großen Tümmler im Auge zu behalten, als auch die Pilotwale zu entdecken, zu denen Ihr gerade unterwegs seid. Und da sind sie auch schon. Schau nur. Eine große Gruppe aus Pilotwalen schwimmt in der Ferne. Langsam steuert Nino das Boot auf die Tiere zu. Ihr kommt immer dichter und erkennt die Wale langsam besser. Niki ruft, dass das ganz viele Babys sind. Ihr habt einen Pilotwahlkindergarten entdeckt. Wahnsinn! Als Ihr ganz dicht bei Ihnen seid, macht Nino den Motor des Bootes aus. Nur noch ein leises Plätschern ist zu hören. Und das Atmen der Wale, die hin und wieder das Wasser aus ihren Luftlöchern nach oben schießen, wie dutzende schwimmender Springbrunnen. Die großen Tümmler sind immer noch hinter Euch, während vor Euch der Pilotwahlkindergarten vorüberzieht. Eins der Babys ist besonders neugierig. Immer wieder streckt es sein kleines Köpfchen aus dem Wasser, um zu schauen, wer Ihr seid. Mein Gott, ist das süß! Und es ist nicht das Einzige. Niki hatte völlig recht. Es sind etliche Pilotwahlbabys auf einem Haufen. Und auch einige erwachsene Tiere, die auf sie aufpassen. Deine Begleiterin erklärt Dir, dass einige der Mamas vermutlich gerade abgetaucht sind, um sich einen Snack zu fangen. Ihre Babys lassen sie dann in diesen Kindergärten, weil die Kleinen noch nicht so lange tauchen können. Und Du hast das Glück, eine von diesen Pilotwahlkitas beobachten zu dürfen. Inzwischen umrunden die Tümmler und Pilotwale fast vollständig Euer Boot. Du weißt überhaupt nicht mehr, wo Du hinschauen sollst. Überall sind Meeressäuger zu sehen. Und sie sind so wunderschön. Die Tiere haben überhaupt keine Scheu voreinander. Ganz im Gegenteil. Sie wirken wie alte Freunde, die sich auf eine Tasse Tee getroffen haben. Gerade schwimmt Dein großer Pilotwahlbulle in den Kreis von drei Delfinen hinein. Deutlich siehst Du die unterschiedlichen Finnen der Tiere. So heißen ihre Rückenflossen. Die Finne der Tümmler ist viel schmaler als die des Pilotwahls. Wobei seine Rückenflosse auch ganz besonders ist. Denn sie ist kaum gebogen. Sie sieht aus wie ein großes Dreieck. Während die der anderen Pilotwale einen deutlichen Bogen erkennen lassen. Eine ganze Weile bleibt ihr einfach an Ort und Stelle, um die vielen Delfine und Pilotwale zu beobachten, solange ihnen das Recht ist. Niki sagt, dass es ein gutes Zeichen ist, dass die Pilotwale euch ihre Babys präsentieren. Sie scheinen viel Vertrauen zu haben. Denn sonst würden sie einfach abtauchen und davon schwimmen. Du schaust Dir die Tiere gut an und versuchst alles in Dich aufzusaugen, was Du siehst. Um Dich immer wieder an diesen Augenblick erinnern zu können. Schließlich entfernen sich die Pilotwale und die großen Tümmler immer mehr von Eurem Boot. Und Niki sagt, dass es Zeit wird, zum Hafen von Valle Gran Ré zurückzukehren. Eigentlich willst Du lieber hier bleiben, aber Du verstehst, dass es Zeit wird, die Tiere in Ruhe ziehen zu lassen. Also macht Nino den Motor des Bootes wieder an und fährt langsam, aber sicher zurück zur Insel. Du lässt Dich wieder auf das Polster des Sitzes sinken und genießt die Schaukelei und den Anblick der sanften Wellen neben Dir. Hier kommt La Gomera immer näher. Und während Du Deinen Blick über das Meer schweifen lässt und das Licht der Sonne genießt, die langsam dahinter versinken möchte, machst Du plötzlich eine Entdeckung. Sie vermutet, dass es sich um weitere Pilotwale handelt und schaut in die Richtung, die Du ihr andeutest. Aber Niki irrt sich. Es sind Schnabelwale. Deine Begleiterin ist völlig aus dem Häuschen über diese Sichtung. Sag Dir aber, dass Du den Anblick der Tiere erstmal in Ruhe genießen sollst. Sie werden ohnehin nicht lange da sein. Danach will sie Dir erklären, was diese Wale so besonders macht. Du schaust Dir die langen, schlanken, blaugrauen Körper der Tiere genau an. Ihre dreieckige, kleine Rückenflosse sitzt relativ weit hinten. Anders als Niki dachte, bleiben die Tiere eine ganze Weile gut sichtbar in Eurer Nähe. Mehr noch, die vier Schnabelwale schwimmen dicht ans Boot heran, sodass Du sie in ihrer ganzen Pracht bewundern kannst. So erkennst Du helle Flecken auf ihren Rücken. Besonders bei einem der Tiere, dessen ganzes vorderes Rückendrittel grau-weiß gefärbt ist. Und Du siehst auch, weshalb die Schnabelwale wohl ihren Namen tragen. Nach einer flachen Stirn entdeckst Du einen gebogenen, schnabelförmigen Unterkiefer. Niki flüstert Dir zu, dass es unglaublich sei, wie lange die Tiere schon an der Oberfläche sind. Normalerweise sind Schnabelwale nur für wenige Sekunden zu sehen, bevor sie wieder in die Tiefe abtauchen. Dabei schwimmen die Meeressäuger bis zu 3000 Meter tief. 80 bis 90 Prozent ihrer Zeit verbringen die Tiere unter Wasser. Dementsprechend selten erwischt man sie überhaupt an der Meeresoberfläche. Sie selbst sieht die Schnabelwale vielleicht einmal im Jahr. Und das, obwohl Niki fast täglich mehrmals auf dem Atlantik unterwegs ist. Du hast richtig, richtig viel Glück gehabt, dass Du diese Meeressäuger auf Deiner Tour entdecken durftest. Nach mehreren Minuten tauchen die Schnabelwale schließlich endgültig ab und Nino startet erneut den Bootsmotor. Ihr fahrt weiter in Richtung Hafen, während es in Deinem Magen heftig kribbelt vor Glück. Schließlich legt Ihr wieder an der inneren Mole, im Hafen von Valle Gran Ré an. Du bedankst Dich bei Niki und Nino für das atemberaubende Erlebnis, das sie mit Dir geteilt haben. Und steigst dann die Leiter hinauf. Das Meer zu Deiner Linken läufst Dich durch Valle Gran Ré, zurück zu Deiner Unterkunft. Die Sonne versinkt nun endgültig hinter dem Meer und malt den Himmel orange-rot. In Deinem Zimmer angekommen, machst Du Dich fertig für die Nacht. Wäsch Dich, putz Dir die Zähne und ziehst Deine Schlafsachen über. Noch immer spürst Du das Glückskribbeln in Dir, als Du Dich in die weichen Kissen sinken lässt. Mit den Bildern der wundervollen Meeressäuger im Kopf schließt Du Deine Augen. Eine angenehme Müdigkeit fließt durch Deinen gesamten Körper. Alles wird ganz weich und leicht, ganz entspannt. Du wirst ruhiger und ruhiger. Du wirst ruhiger und ruhiger. Lässt Dich treiben. Immer weiter und weiter. In einen wundervollen, erholsamen Schlaf. Gute Nacht. Gescheid. Ab und behalte dich해요. Uhm Zemiauzse. Lässt Dich … lächer aus. Jetzt din kier. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020